damit herzlich willkommen zu einem neuen video ich wollte euch jetzt schon mal zum anfang einfach mal zeigen wie viele waffen es eigentlich gibt und wenn man denkt das sind alle waffen die haben alle noch eine zweite stufe oder dritte stufe und die probieren wir halt wirklich alle zu kriegen und war es hier gibt auch im shop was mir aufgefallen ist muss man sich sagen kann man sich sachen kaufen und alles werden uns die waffen auch müssen nach und nach alle kaufen fangen hier an dann natürlich und gehen immer den preis höher also ja ich habe keine ahnung also manche waffen kenne ich aber manche nicht und beim letzten mal haben wir ein bisschen online gespielt wo man schon abgetankt ist und heute machen wir dann die aufgaben und battle royale und die aufgaben ich weiß nicht okay ich glaube das ist jetzt einfach nur normales kämpfen mit dem portal ich weiß nicht man kann sich sp fahren wenn man so durch das portal probiert zu schießen oder hoffe ich mal xp sind wichtig als ich glaube die besten waffen die ich jetzt derzeit haben kann dann sind diese one bounce was der macht weiß ich nicht aber wir müssen halt wirklich ist echt lucky damit man den trifft ich weiß nicht wie ich den am besten trifft das war eine andere stufe von irgendwann erst zwei glaube ich aber die kenne ich nicht dieser stark aus hat 85 damage gemacht treff ich auch so knapp so knapp man ist eigentlich auch eine sehr starke waffe und fahrer bisher nur einmal getroffen und damit trotzdem richtig viel gedamaged das ist nicht richtig durchs portal perfekt ich dachte da fliegt jetzt dazwischen durch aber getroffen von wieviel der menschen gerade gefällt mir gerade und hier sind nur noch die sind drei finde ich glaube die sollten jetzt auch noch nicht sein aber ich mache die aufgaben trotzdem als erstes befehlchen online mit schütz gehen ja da würde ich treffen eine einheitlich beinsterben vielleicht eine reaktion 13 ap ja gut vielleicht ist die lichter vielleicht mit der waffe warte nein wir hatten maul ich nicht gecheckt neue waffe und tank upgrade kriegt man glaube ich jedes level und es gibt echt so viele waffen ich glaube das werden schon so 200 parts haben und akkorde hier weil ich nehme mal die videos derzeit am stück auf und ich akkorde hier jetzt wird einfach mal ein bisschen auf glück ich habe keine ahnung was es macht aber ich auch wieder auf ein bisschen einfach mal gucken vielleicht bringt irgendwas um jetzt haben wir die man bei uns die waffe kennen die macht 30 der mensch heißt ich muss jeden gegner zweimal treffen ich weiß ja nicht ich weiß nicht ob mir das so gefällt die mission das ist schon klar damit ich so machen muss ach komm aber die aufgabe an sich gefällt mir nicht so arg i think die haben halt 40 leben eiskalt ich kann die nicht von schatten von mies die für sich zum beispiel die zwei schüsse ich weiß nicht ich muss so probieren zu schießen das muss dann hoff das breite ist unten ab und fliegt dann okay es wird so weit trefft zumindest gegner ja ja gut alles was ist trotzdem das wird so schwer ich glaube ich treffe direkt ins loch oder oh man die mission wird schwer die mission wird echt schwerer ich glaube da war eigentlich nächste stufe von der waffe geplant oder so das wird schwerer wir haben noch wir haben noch diese schüsse über oh nein okay ich kann stärker machen noch eine volle pulle einfach so treffe ich ich treffe gg die suckings leichter ich glaube oh mein gott warte mal ich will noch kurz das ausprobieren also wir haben jetzt zwar geschafft aber ich will trotzdem noch kurz das ausprobieren wo das machen wir am ende vom video ne jetzt kann man wenn man den obersten sofort zweimal trifft wird dann explodiert der ich glaube das würde wenn ich jetzt so schieße treffe ich ja ich treffe jetzt nochmal so und dann eins von diesen wenn man stirbt nach links geht so aber da hätte ich doch den treffen können und der wäre dann darin hoffentlich gestorben und dann hätte ich mit den schüssen das untere bekommen aber so kann ich treffen auf jeden fall hui das hätte das echt leichter machen können ah egal halb wie hier das aufgabe 80 ne nicht aufgabe 80 ich weiß nicht wir haben counter 3000 die schießen auf den den typen da counter 3000 okay ich glaube das ist jetzt nicht mehr allzu starke waffe erstes das weiß ich immer noch nicht ich habe schon etwas gesehen aber das weiß ich nicht ich muss gut damage machen äh keine ahnung ich muss den nicht gut damagen damit ich die aufgabe nicht schaffe holy okay treffe ich ich glaube schon ja ich treffe ein kritt noch ein kritt komm schon noch ein kritt bitte oh man ich weiß nicht aua ich weiß nicht wie ich ihn da treffen würde was haben die für wassen wir fah okay es war wieder gut hallo weiß nicht wie ich schiefe um die zu treffen treffe ich kann nicht mehr geplant ich dachte ich bin auf der Katze okay facken Bogen okay die Waffen kriegen wir wahrscheinlich auch irgendwann aber die treffen nicht wirklich so gut okay es ist die zweite Stufe oder dritte von der Granate wahrscheinlich oder vierte ich weiß nicht mehr wie viele Stufen die hat das kriegen wir auch irgendwann perfekt also ich ich könnte es richtig low machen oha mh aua ja komm machen wir es richtig low schießen oh man ich habe gehofft der schießt im Boden trifft nicht trifft sich auch richtig low easy easy kill der deadfoot ist eigentlich die warte 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 für mich wieder die waffe ja ne die ist eine andere stufe mh mh erst mal einen Schott um die Position aber oh Gott viel zu schwach ja genau fahr näher ran sehr nett mach ich einfach mal vier stärker vier stärker komm drei vier acht stärker acht stärker und dann Digga und was heißt das ist wenn sie den Farbe Frösche und ich hoffe dieses mal passt es von dem Sound her ich habe jetzt was umgestellt er weiß aber nicht ob es jetzt viel besser ist oder nicht wirklich besser ich hoffe einfach mal es ist besser nun auf oder ja wenn nicht dann leider nicht aber dann habe ich es beim nächsten Mal wahrscheinlich so ich hoffe einfach mal dass es besser ist weil letztes Mal konnte man mich fast gar nicht hören beim ersten Video zum Beispiel weil ich den Sound anders hatte und und wissen wir was das ist warte mal ist das nicht die Waffe aber das ist die Waffe in einer anderen Stufe wahrscheinlich in der zweiten also in der zweiten oder dritten ich weiß es nicht die Waffe ist ja gut für Löcher ja 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 hat aber nicht so gut geklappt ah dann oh wir müssen das schaffen ich will ich will das schaffen es gibt neue warum gibt es neue Items ich will das neue Items beenden wir es mit einer kurze kurze nächste Aufgabe erledigt die Aufgaben gehen eigentlich schnell wenn sie nicht schwer sind Ghostbomb neue Waffe die sind immer komplett unten so ich glaube unten sind eher die Waffen die man jetzt für die Singleplayer Aufgaben kriegt denke ich mal wir haben noch keine Waffe auf einem neuen Level wir haben bisher nur Waffen nur die Waffen ohne Level Up glaube ich nicht ah ne Big Shot haben wir schon gelevelt stimmt aber guck euch das an das sind so viele Waffen die wir alle noch kriegen müssen was du gesagt das sind so unermal viele ich freue mich schon wenn wir die haben ne nicht die ok ich habe keine Ahnung wo die ist aber jetzt noch zehn Aufgaben das wird ein längeres Video wie man merkt und diesmal spiele ich mit einem Freund äh mit einem einem und wir müssen die besiegen erstmal stehe ich jetzt Maugel weil letztes Mal habe ich die nicht gesehen mal schauen was das ist viel zu schwach die geht einfach im Boot und geht dann von da aus nach unten und geht nach oben oder wie die haben bald die haben bald Sniper gelovellt komm ich muss uns schaffen um heute die Sniper zu leveln mein Weg ist glaube ich besser als ich das ist ein Borger ja ein Borger das ist gut bitte nicht ins Loch ach nee ja oder oder ja ich muss dem das Neuper treffen um ich traue mich nicht zu schießen ein Feuerwerk ja Aua 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 Feuerwerk ist so stark wie stark die Waffe ist wo sie ein Schuss sind ich weiß es nicht ok es war einfach ein Big Shot oder sowas komm schon bitte treff beide 11 von 80 damage bitte na man 40 damage ist auch gut beschwert man sich nicht beschwert man sich nicht es hat mir so hart gedammt wenn ich da stehen würde bitte bitte bau den Mini einfach nur ein bisschen nach unten war nicht ich glaube ich würde jetzt halt genau zwischen die treffen wegen ich habe einen schwächer und das bitte treff bitte treff nein genau das müssen die ach nee jetzt mache ich wieder einsteig und dann mache ich 70 Schaden glaube ich halt perfekt was war das was war das was war das für ein Waffel wie ist denn mit der perfekt trefft sollte ich perfekt treffen und bam ja die stehen doch perfekt im Loch auch mh welche Waffel da rein machen die mega viel damage und eigentlich ein Bausplot bisschen Glück jetzt gibt's wieder Waffen ich glaube die jetzt auch mega gut damage bitte ein bisschen Glück was ich damage ist noch nicht viel Glück okay doch okay das ist schwer mit dem damage zu machen ich mache da gleich noch ein Kaktus rein die waffen wir auch hier was ist das okay hab ich nicht für gecheckt dass da unten noch ein Schuss war aua au ein 3 wirklich perfekt aua 45 damage waren das bitte treff scheiß das war viel zu schwach mh ach schieße ich ich würde sagen ich ist ein Tunnel mit dem man sich Tunnel habe ich noch nicht einmal geschossen wir sehen was ich durch den Boden schieße hm fiel sich erst durch den Boden die haben beiden noch so viel Leben so ich weiß nicht wie stark so oh Gott es war viel zu schwach scheiße okay es gibt komische Waffen ich glaube ich glaube ob jede ich weiß nicht was wir lassen machen eigentlich ich kenne ein paar Waffen aber auch nicht wirklich viele keine Ahnung wie die allen klappen treffe ich jetzt ja doch jetzt irgendwann treffe ich dann mache ich gleich ein Breaker und hoff darauf dass ich beide treffe ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin diesmal andere wo ist das und was ist das Spar Splitter äh bitte treff beide irgendwie ja 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 einer einer ist auch gut er ist perfekt in meiner ich bin ähm 5 Damage machen die so viel 9 Waffen wir haben die Waffen oh man okay die schießen wir sofort ich weiß nicht was es ist aber ich hoffe mal die ist gut die machen ein bisschen anders das sind einfach 3 Pinatas keine Ahnung 30 Damage mit so einem riesen Radius kann krass sein wir haben zweimal die Glocke aber bei der Glocke haben wir im letzten Video gesehen dass die anders schießt dass die so straight schießt nicht irgendwie einen Updown hat irgendwie nicht runter geht wir sehen uns wenn man im Internet wieder da ist bis gleich aber schon wieder da okay hat nicht so lange gedauert und ich hoffe wir haben jetzt die Aufgaben ne äh doch haben wir okay wir waren bei der hier heißt wir machen die nochmal das heißt das ist ein echt langes Video das wird krass lang jetzt aber ist ja nicht schlimm wir haben jetzt mal ein langes Video oder nicht oder nicht zweimal sinkhole mal schauen ob ich beide treff einmal werde ich zumindest treffen so hab wir treffen gut 28 Damage das ist nicht die beste Waffe ob ich hab's nicht zweimal oh Gott das ist viel Damage aber okay die kann aber auch mal nicht allzu viel Damage machen ich will bevor ich die Snake einsetze sinkhole vielleicht nach unten machen und treffen genau so so wollte ich die von den 136 Schaden ok mach den er abgeben haben sie mich mal gerade nein ich will nicht 나 starten hm ein bisschen schwächer und dann schluss komm schon, bitte in andere Richtung Ja, ja, nein! Nein! Die stehen perfekt, nein! Nein, nicht wieder alle auf mich, bitte! Nein! Nein! Ey, jetzt habe ich wieder hier mein Loch und kann nicht mehr flüssig mit meinen Felsenbogen schießen. Ähm. Ähm. Was? Schon hundert damage? Ja, 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 andere Stufen. Hilfe! Was haben die für Waffen? Da werden noch gute Waffen. Einer tut, oder? Einer tut, warte die... Huh! Leuna fliegt damit durch die Leiche. Ja, GG, ne? Wir machen Back-Roller. Back-Roller, 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 Back-Roller. Okay, Back-Roller. Mhm. Warum ging das nicht mehr so viel schneller? Okay. Zwei hundert... Zwei hundsechzig Damage? Ist ein bisschen was. Mal Waffe, Hoverball. Nice. Nächste Waffe wird wahrscheinlich so ein Reunbringer. Jut. Ähm. Hier, ich weiß nicht. Lack-Upgrade. Lack-Upgrade. Increased the chance of receiving Upgrade Weapons. They also increased the amount of loot fouled in each grade. Ich glaub, das bringt mir jetzt grad noch nicht viel. Nicht... Also wirklich volle Pulle. Erstmal volle Pulle. Okay. Bingo. 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 Okay, da war's soweit. Dann mach ich mal so. Bingo. Hat nicht so gut geklappt. Bingo. 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 Ein bisschen stärker. So. Bingo. 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 Kann ich das auch irgendwie anders machen? Ich fahr mal ein bisschen nach hinten und stell mich so hin. Mach dann so. Bingo. Bingo. Okay, ich hab nichts getroffen. Treff ich zumindest ihn. Ah, ihn treff ich. Okay, dann fahr ich ein bisschen nach hinten. So. Bingo. Bingo. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ein bisschen stärker. Oder ich fahr ein bisschen weniger nach hinten. Okay, sonst so. Bingo. 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 Finisht. Ja. Nächste Aufgabe erledigt. Ghostbop ein bisschen aufgelavellt. Ah, wir haben schon 2200 XP. Die kommen gut voran, denke ich. Hoffentlich. Die gewinnen mit Nabalm und Flame. Machen wir erstmal Flame. So. Ich treff. Oh, what? Was? Okay, jetzt macht ein Damage. Ich hab alles getroffen. Aber nur 36 Damage. Was? Naht man glaub ich eher in der Senatwaffe. Senatwaffe. Senatwaffe war ich die Napalm. Aha. Ich weiß echt nicht, was das für Waffen sind. Aber den kriegst man anscheinend auch ein freier Waffen. So. Noch verschicken. Hab ich dann wieder? Ja. Ich bin einfach der Endgott. Crit, Crit. 2 Crit. 6 und 8. 8. 38 Damage. Er trifft aber auch. Guck mal. Das ist wahrscheinlich die zweite Stufe. Aber es sieht genau gleich aus. Und das macht mir ein bisschen mehr Damage. Die auch. Und das ist die dritte Stufe? Oder wie? Ich hoffe mir einfach näher zu kommen. Ich weiß nicht, was ich für Waffen habe. Schuss. Oh Gott. Oh Gott. Das ist jetzt ein Napalm. Wenn ich ein bisschen schwächer schiebe, kann ich beide treffen. In Verleben haben die ja überhaupt. Die haben 150. Hm. Nicht treffen, nicht treffen. Okay. 2 Damage. 3 Damage müssen nicht schwimmen. Kann nicht schlucken. Napalm. Nicht treffen. Okay, Napalm ist eine mega starke Waffe. Ich habe noch nicht mal alles getroffen. Nein, nicht runterrollen. Nein. Waffe ist das. Ich komme nicht mehr zu denen. Aber der Damage, der Damage zahlt mich mal ein. Let me press. Von Selfmade Damage. Nochmal? Ne, schade. Hallo? Nochmal? Die Waffe ist mega stark. Spandits. Alter, alter, alter. Da. Bitte weg, bitte weg, bitte weg. Ich bin tot. Ich bin tot. 3, 10 HP. Ich glaube, ich schüsse nicht mehr zu schützen. Oh mein Gott. Ich bleib doch lieber über die Entfernung. Macht das Napalm auch über die Entfernung gut Damage? Ich hoffe es mal. Ich treffe beide. Ja, doch. Doch. 62 Damage ist gut. Ich hoffe, dass Napalm weiter so schießt. Kann ich die auch kriegen? Boah, der macht ja 30. Eintrag ich. Ich hab mir schon gesagt. Okay, nur 20 an dem Alm. Okay. Aber so kann ich die auch kriegen. Der ist. Napalm ist echt ein. Äh. 20 sich bewegt. Dann fahr ich ein bisschen vor. Und stopp. Und jetzt krieg ich Napalm. Ja, das mache ich nicht mehr so viel. Aber ich krieg gerne noch mal wahrscheinlich schnell. Hallo? Wo? Äh. Wir sehen uns beim. Final 2. Wenn ich es schaffe. Weil ich glaub, das kann ein bisschen länger dauern. Eingrennt. Oh nein. Trifft gar nichts. Gar nicht. Gar nicht. Yes! Napalm. Also. Aua. Ja, das ist. Guter Damage. Viel Schwäche. Ja, immer wenn ich fahr, muss ich gar nicht viel Schwäche machen. Dann wäre Treffig wieder. Ich hoffe, es klappt so. Ich will. Fahren. 40 Damage machen. Gefahren. 40 Damage machen. Dann ist es generell möglich. Und dann. Einfach nur. Treffen. Also dann nur bei Private in der Nähe sein. Einfach nur die ganze Zeit diese eine Attacke machen müssen. Um zu gewinnen. Zu stark. Scheiße. Aber es geht mir viel besser. Und jetzt ist es nicht mehr so gut aus. Jetzt ist es nicht mehr so gut aus. Ich treffe nicht. Ich treffe nicht so nice. Okay. Jetzt fahr ich wieder näher. Stopp, hier will ich stehen bleiben. Alles getroffen. Ja, einer ist da. Nein, nein, nein. Aua. Ich glaube, dass ich jetzt so gut wieder mischt habe. Verdammt. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass ich jetzt noch rein scheiße. Das sieht doch so viel besser aus. Das Trailer war immer nah dran. Oh. Wenn ich hier stehen bleibe und ein bisschen stärker mache, kann ich immer... Ich will stärken. 5 Stärker, 6 Stärker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stärker. Gute Entscheidung. 9,5 nicht der Mensch, 9,5 nicht der Mensch. Nein, 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 nein. Links, links. Nein, ja, 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 ja. Nein, nein, nein. Weiter, weiter. Ja. Ja, 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 doch, ja, doch, ja. Genau, perfekt. 5. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben die Aufgabe geschafft. Ich glaube, es waren jetzt doch nicht mehr mit zehn Aufgaben pro Folge. Es waren jetzt wieder, glaube ich, 15 Minuten länger. Ich glaube, was wir in der Lage sind. Und dann solemnst bin ich nicht mehr zu einer educativitystechnübe. Ich glaube, ich bin aber auch der auch ganz nebun.